So, weiter geht's hier. Also Kapitel 4 abgestürzt. Ja. Was? Hat da was hier blinkt? Komm, da blinkt doch was. Oh, ein Schatz. Ein von 60 Schätzen gefunden. Silberne Inka-Figur. Der erste Schatz. Trophäe. Dann guck mal an, ja. Fortsitz. Da muss man natürlich ja alles im Auge behalten, nach irgendwelchen glänzenden Gegenständen hier. Wie hab ich denn Wasser? Ja. Oh, nur eine, wo hab ich denn die andere? Ich hatte da noch zwei gehabt. Hm, da weiß ich jetzt nicht. Was soll jetzt, was soll jetzt? Schau mal erstmal hier weiter. Was ist das? Munition liegt da los? Könnte ich nicht auslösen. Gut. Aufschießen wahrscheinlich, ja. Oh, komm her, ja. Ja, genau. Alter. Tacht ja immer fett die Tür ein. Ja, hier hinten gibt's nix. Ja, boah. Jetzt müssen wir ja irgendwie, müssen wir ja Elena finden. Ich muss ja auch irgendwo, muss ich ja ja runtergekommen sein. So, jetzt haben wir einen kleinen Wasserfall. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hoch, aber ich guck erstmal hier hinter. So, ach da, was ist da? Zweiter Schatz. Silbernes Fisch-Amulett. Mhm. Jetzt findet man hier die Schätze. Guck mal an. So, ja, komm ich hier hoch. Nee, ich müsste sicherlich irgendwo hier beim Wasserfall. Beim Wasserfall hoch. So, ja, ich muss ja auch klettern können. So, wo, 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 wo. Da wahrscheinlich, ja. Ja. so wir müssen natürlich öfter sein es werden wahrscheinlich auch wilde tiere werden wird es hier wahrscheinlich auch geben also ich muss hier muss auf der acht sein so eine spielung ich will natürlich möglichst viele schätze ich natürlich sammeln alle werde ich auf anhieb nicht finden das kann ich gleich mal sagen ich weiß nicht ob ich vielleicht den nummer soweit wenn ich durch bin noch mal alle schätze abklappern werde wäre ich selbst so wie ich lust habe was ist das l2 was ist das ein totenkopf hier holt's kann ich nix machen ich weiß nicht ich kann ja nicht viel machen ne hm nur hier haben wir hier Opfer droht was ich habe ne So, gucken wir mal hinter Hier gibt's nix Auch Lass mich erst mal runter gucken Ich sehe nix glänzende, oder? Ich guck trotzdem mal runter, ist das doch hier irgendwas? Ne ne ne, sieht nicht so aus Wird ja sein können, dass da noch irgendwas ist Ich hole rüber Oder müssen wir hier hoch Ah, wird hier rüber, Opa! Ah, hoch und hoch Was willst du denn mit mir? Was? Alles ganz vorsichtig, huh? Da sind sie ja Oh, hey Ich hole rüber, hey Oh, das muss ja mein Deckung bleiben, Alter Ja Ich kann mal aufladen, Jun Uh, der war genau hier drüben Es wird langsam besser eben entziehen Ja, dann entziehen müssen wir sich erstmal dran gewöhnen Ist hier ja kein automatisch ziehen oder so Man muss hier gerade Gerade Lass mal jetzt Munition aufsammeln Könnt mich ruhig mal noch meine Waffen vollgeben, die ich hatte Ja Warum ich sowieso, warum ich die nicht mehr ab Jetzt hier reinkochen, oh, ja Das wird dir wehtun Aufpassen jetzt hier Oh, granaten, gucke an Hat hier mal Zeit, dass sie so weg kriegen Da ist er! Er bleibt ja! Er bleibt ja! Oh! Du bist tot! Ich glaube ich, ich glaube ich in den Granaten eigentlich Warte mal! Warte mal! Scheiße! Nee! Du bist tot, Bulle! Oh Mann! Nein! Nein! Warte, das kann ich auch! Hey! Ich krieg dich! Was mach ich denn? Oh! Ich krieg dich! Oh! Halt in Deckung, alter! Hey, warum wirfen der die Granaten durch Scheiße? Ich treff den doch! Was ist denn von der Kacke? Oh! So, ist erledigt ja! Also mit dem Granaten werfen muss ich noch üben, ja Guck, wenn ich komme ich noch nicht richtig klar, ja Oh! 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 So, das kann ja immer sein, was! Ach! Oh! Was mache ich da? Jetzt schleiche ich mich jetzt ran vor so einem Kopfschuss. Dann muss ich mich über eine Taktik überlegen. Drücken Sie. Ah. So, jetzt bin ich am Runden. Jetzt kann ich überlegen, was ich mache. Ich könnte mich versuchen ranzuschleichen, ja. Ist das nur einer oder sind das mehrere? Ah, guck, da ist er doch. Da läuft er rum. Hoffentlich kommt er. Ach, da ist noch einer. Ach, um Himmels Willen. Komm schon raus. Gehört mir. Feuer. Wollt er mal werden, ja? Oh, bist du. Was jetzt? Du bist tot. Sauber durch die Stirn. Er lebt noch. Oh, jetzt nicht mehr. Ah, das könnte helfen. Na toll. Du bist schon tot. Ah, dann, ey. Fuck, ey. Ich könnte nicht weg, ey. Oder die Kamera, wo ich jetzt nicht gut, ey. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Stopp du mal endlich, Alter. Das ist dein Ende. Ist er jetzt tot? Du, du, du. Macht doch jammel weg mit eurer scheiß Granaden, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Hallo? Alter, spring denn da rum. Wo ist er denn da rum? Wo ist er, wo ist er? Ich muss gucken, wo der, wo... Wo kommt die Schussvölge denn her, hier? Wo kommt die Schussvölge denn her, hier? Hm. Oh, Mann. oi in Ordnung was ist das jetzt? kommt schon von oben auf jeden Fall noch was in Ordnung ich komm mit der Granaten nicht rein du gehörst mir gleich bist du tot Flugzeugmann da oben ist das he da ist er hey wie viel noch man was scheint sie zu wenn sie ne oder auch nicht was macht der denn und 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 Wie? Viele noch! Das muss auch mal Schlüsseln, ey! Hey! Oh ne... Neue Waffe, nehm' wir doch die! Ach, nehm' wir die! Ah, das waren noch nicht alle! Ist da eigentlich noch genug Munition rumliegen, oder? Ah, ich hör' da schon wieder einen! Wo ist denn schon wieder einer? Wo bist du, ey? Wo bist... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Auf geht's!